Ja Leute, wie ihr seht, hier, äh, es ist mal wieder ein bisschen problematisch heute mit der Boom Beach Aufnahme. Eigentlich wollte ich jetzt ja einfach mal anfangen, ähm, und hab auch nur jetzt Zeit. Und dann steht natürlich wieder da, die Server werden derzeit gewartet, bitte versuche es in 30 Minuten erneut. Ich weiß nicht, was das ist, es passt immer wie der Arsch auf den Eimer, ey, wirklich. Es ist so scheiße, ja, ähm, das ist immer, wenn ich, keine Ahnung, äh, die falsche Entscheidung, die ich getroffen hab, Weißt du, eigentlich hätte ich auch vorhin schon mich aufraffen können zu ner Aufnahme, aber irgendwie hab ich mir gedacht, okay, wartest du noch ein bisschen, so, jetzt ist es wieder kurz vor knapp und jetzt, äh, ja, es ist, es ist wieder so scheiße, ey, ich hasse es, ja. Ich hab nicht mal lange Zeit zum Aufnehmen, dann kommt immer so ein Rotz. Also, ganz ehrlich, es regt mich einfach nur noch auf, was hier Boom Beach und so weiter immer machen. Ich weiß nicht, warum die immer irgendwelche Wartungsarbeiten brauchen und warum sie die nicht mal irgendwie eher ankündigen können oder so. Ey, ich versteh's nicht, ja, es gab wieder irgendein Update, da funktioniert wieder nichts wahrscheinlich. Ich versteh's einfach nicht. Ähm, ja, ich wollte eigentlich jetzt schön das Update erklären, ja, ich hab grad so gesehen, okay, äh, Spiel muss neu installiert werden oder halt, äh, geupdatet, wie gesagt, ne. Und da dachte ich so, okay, machen wir das mal, spiel ich mal ein bisschen, äh, oder zeig ich mal ein bisschen die neuen Features oder so, ja, geh ein bisschen darauf ein. Aber kann ich einfach nicht, ja, es geht einfach nicht. Dann konnte ich's mit Fraps auch nicht aufnehmen, da hab ich mich jetzt auch schon wieder rumgeärgert. Eigentlich wollte ich jetzt mit Fraps aufnehmen, aber ich mach's jetzt hier mit OBS. Äh, ja, es ist einfach nur absolut scheiße aktuell und, ähm, es regt mich alles auf. Äh, das Ding ist, dass ich eigentlich im Google Play Store auch hätte vorlesen können, was jetzt hier alles neu ist im Update, ne. Aber, ja, das, äh, geht jetzt nicht, beziehungsweise es ist mir jetzt zu kompliziert, ich zocke jetzt einfach Clash of Clans, Alter. Es reicht mir, ja, ich muss jetzt hier irgendwie noch was draus machen aus der Scheiß-Situation. Und weil ich schon wieder so lange in Clash of Clans inaktiv war, möchte ich jetzt hier auch einfach mal wieder reingucken. Und, ja, ähm, da seht ihr jetzt quasi mal wieder, was hier los ist. Heute mal mit OBS, ich hoffe mal, dass das, äh, von der Qualität her passt. Ähm, eigentlich sollte es so gehen, aber, ja, ich weiß halt nicht, ob's dann laggt oder so. Deswegen nehm ich lieber mit OBS, äh, mit Fraps auf, weil OBS halt wirklich ständig in der Aufnahme laggt, ja. Und, äh, halt jetzt so kann ich's halt nicht erkennen. Da weiß ich nicht, ob's dann später laggt, das seh ich ja grad nicht im Spiel. Und bei Fraps siehst du das halt immer, ne. Da ruckelt halt die Aufnahme genauso, wie, äh, eben es ruckelt, wenn du grad spielst. Also das ist halt einfach genial, muss ich sagen. Und, ähm, ja, bei anderen Programmen ist es eben leider nicht so, wie bei dem hier. Weil das dann eben schon direkt, äh, quasi gerendert wird. Und, ja, das ist eigentlich teilweise echt nervig. So, ich baue hier mal die ganzen Bäume ab, würde ich sagen. Und, ja, dann gehen wir mal runter. Äh, erinnert mich grad wieder an das Clash of Clans Let's Play, ja. Was ja jetzt schon mal ne Weile her ist. Ja, es tut mir leid, ey, wirklich wieder so ne scheiß Folge hier zu haben. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber ich habe eben nur wieder jetzt Zeit. Und, ja, wenn ich jetzt wieder anfange und wieder irgendwelche Aufnahmen verschiebe oder so, ja. Dann wird's wieder gleich gar nicht, ne. Habt ihr letztes, äh, mal gesehen. In der letzten Folge Boom Beach und auch schon in der Staffel 10 Folge, die jetzt kam. Äh, dass ich wieder einige Aufnahmen aussetzen musste. Oder einige Wochen, sozusagen. Und, ja, wenn ich jetzt wieder aussetzen müsste, dann hätte ich gleich gar keinen Bock mehr hier irgendwas zu machen. Ich muss jetzt irgendwie dranbleiben und mich, äh, motiviert halten. Sonst wird das nix, ja. Ja, und, ja, ich weiß nicht. Nächste Folge werde ich dann wahrscheinlich das Update endlich mal zeigen können. Hoffentlich, ja. Wenn mal wieder keine, äh, komischen Wartungsarbeiten hier sind, ja. Immer muss man sich nach so einem Scheiß richten. Und, ja, ganz ehrlich, das regt mich einfach nur auf, ja. Weil ich halt auch nicht unbegrenzt Zeit habe oder vor allem nicht immer so flexibel bin, ja, mit den Aufnahmen. Das ist halt nicht so einfach und, ja, vor allem wusste ich's auch wieder auch nicht vorher. Das ist auch immer noch das Schlimme, ja. Aber, ja, die können's einem ja auch nicht vorher sagen. Wann sie Wartungsarbeiten machen, ist ja auch irgendwo verständlich, aber dennoch scheiße. So, ähm, ja, gucken wir mal, was ist das jetzt hier? Das ist auf jeden Fall neu. Goldpass kaufen, da kann ich jetzt hier irgendwas machen. Äh, tägliche Herausforderungen, aktiv, Belohnungen, Vorteile. Alter, ich hab keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Gibt's hier irgendwelche Clan-Kriege oder was in der Nachtbase oder so? Ich hab echt keinen Plan, ja. Also, ganz ehrlich, ich hab mich damit hier null auseinanderzusetzen, äh, gesetzt mit dem Spiel in letzter Zeit, ja. Ähm, ich müsste auch mal wieder mein Rathaus und so hochbringen oder so. Oder hier mal gucken, was ich updaten kann. Einen X-Bogen könnte ich noch bauen. Und das Design hier ist schon wieder neu. What the fuck, ey. Was ist denn hier alles schon wieder neu? Also, ganz ehrlich. Hä? Ach, Dekoration ist jetzt extra. Die haben das schon wieder alles komplett neu sortiert hier. Hä? Schilde, Liga-Shop. Ach du Scheiße, was gibt's denn hier alles? Also, das Spiel ist ja mal wieder komplett anders geworden, ja. Also, muss man echt mal sagen. Und, naja, ich würd sagen, ich hol mir jetzt erstmal hier so ein Ding, so ein X-Bogen, ja. Kann ja nicht schaden. Äh, einfach mal da hin oder so. Kostet zwar ein bisschen, aber, ja. Da kann ich gut investieren, denke ich. Und, ja, ähm, ich muss unbedingt mal mal ein neues Space-Design noch suchen und so. Ja, das ist alles mal nötig. Naja. Demnächst werde ich mich dann auch wieder mehr um Boom Beach kümmern halt, ne. Also, ja, da muss ich eben schauen. Und mal sehen, was da noch alles neu ist. Ja, da sieht wahrscheinlich auch alles anders aus. Vor allem in Clash Royale gab's jetzt auch ein Spiel-Update. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie machen die immer so alle Spiele mit einmal. Ja, wenn sie mal Updates bringen. Äh, und einmal im Jahr kommt eben so ein großes Update, ja. Wie jetzt wieder. Und, ja. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall demnächst nochmal mein zweites Semester so ein bisschen ansprechen. Ja, das hatte ich auf jeden Fall auch vor. Äh, obwohl ich das auch in Staffel 10 nochmal parallel erwähnen werde. Da werde ich aber nochmal auf andere Sachen eingehen, je nachdem. Ja, eigentlich wollte ich das heute machen mit dem Semester. Aber es hält mich ja mal wieder alles davon ab. Keine Ahnung. Ich komme irgendwie nicht dazu. Durch diese ganzen, äh, komischen Sachen, die ja mal passieren. Also, ja. Ist ein bisschen doof, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich beende jetzt einfach die Folge, ja. Weil sie jetzt hier lang genug ist. Und ich habe nicht mal einen Angriff oder so geschafft. Keine Ahnung. Ist gerade alles sehr schwierig. Egal. Dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.